... Brüder! Brüder! Was soll ich denn für den Füßkotten ausdecken? Nein, weil ich den auch... ... und den Bremsen, Brüder! Da ist eigentlich schön auf Höhe. Brüder! Steig auf die Bremse, wenn du da oben bist. Ich war nicht auf. ... und die ist schon fest heute. Hey! Das war's für heute.